Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um die UEFA Champions League, beziehungsweise die TV-Rechte dafür, dann noch um Ixtron, Südzucker, Lufthansa, Morphosis, Credits Hughes, Nell Asa, JP Morgan und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen jetzt heute direkt einmal an mit dem, was ich gerade schon am Anfang erwähnt habe, und zwar den TV-Rechten für die neue Champions League. Da gibt es natürlich Interessenten, die jetzt nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, an der Börse sind oder zumindest nicht so einfach zu investieren sind, aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die an der Börse sind, die dort eventuell Interesse dran haben, wie zum Beispiel Amazon. Amazon überträgt jetzt ja schon, ich meine, das Dienstagsspiel der Champions League. Es sollen verkauft werden, im Übrigen die TV-Rechte für die Saison 2024, 2025, 2025, 2026 und 2026. Die Angebote sollen die Unternehmen bis zum 14. November einreichen. Im Übrigen ist es so, dass nicht nur Amazon Interesse hat, man hört es zumindest. Es ist nichts Festes, es ist nur gerüchteweise, dass auch wohl Apple mit dem Apple TV Interesse dran hätte. Wir werden natürlich sehen, ob das Ganze so ist, ansonsten soll wohl auch ZDF oder ARD wieder Interesse haben. The Zone selbstverständlich auch, Sky eventuell auch, aber das werden wir dann natürlich sehen, wer da überhaupt die Angebote abgibt und wer die ganzen TV-Rechte dann bekommt oder wie sie aufgeteilt werden. Kommen wir mal zum nächsten Thema, JP Morgan und auch Nell Aser. Dort ist es so, dass JP Morgan noch einmal ihre Kursziele bekräftigt haben. Heißt also ein Kursziel von 10,10 norwegischen Kronen mit der Empfehlung von Underweight. Es ist so, dass Nell Aser gerade kräftig gestiegen ist, nachdem ein weiterer Großauftrag reingekommen ist. Nichtsdestotrotz ändert sich jetzt an der Situation für JP Morgan nicht so viel. Das liegt ganz einfach daran, dass in dieser Bewertung natürlich auch schon mit eingeflossen ist, dass der ein oder andere große Auftrag dann dementsprechend kommt. Ist ja auch relativ logisch, damit wird ja auch gerechnet. Und genau deswegen ist es so, dass man bei dieser Bewertung bleibt. Nächstes Thema wäre dann Ixtron und zwar von Jefferies. Jefferies belässt nämlich die Einstufung bei Buy und gibt ein Kursziel von 35 Euro aus. Es ist so, dass eine Studie vorliegt. Dort hat man einen sehr, sehr vorsichtigen Ausblick. Muss man einfach sagen, was das Schlussquartal 2022 jetzt angeht. Aber es ist so, dass man weiterhin davon ausgeht, dass man eine starke geschäftliche Entwicklung hat. Und genau deswegen ist es so, dass Ixtron jetzt über die nächsten Jahre hinweg profitieren sollte. Im Übrigen 35 Euro. Das Kurs hier ist auch relativ weit weg. Wir sind aktuell bei knapp unter 25 Euro. Dann die nächste Analystensache und zwar Südzucker. Warburg hat nämlich das Kursziel für Südzucker gesenkt. Jetzt auch nichts Drastisches. Die Einstufung ist bei Holt geblieben. Das Kursziel wurde von 14 Euro auf 13,60 Euro gesenkt. Man hat zwar den Vorteil, dass die Erwartungen leicht übertroffen wurden mit dem zweiten Geschäftsverteid. Außerdem rechnet man damit, dass im Gesamt ja auch die obere Spanne des operativen Gewinns erreicht wird. Allerdings senkt er das Kursziel, also der Analyst senkt das Kursziel, weil man einfach, ja ich sag mal, einen erhöhten Kapitalbedarf für neue Projekte hat. Anders gesagt, man muss einfach noch relativ viel Geld in Investitionen stecken. Kommen wir zu einer kurzen Nachricht und zwar von der Lufthansa. Genauer gesagt von Eurowings. Die sind nämlich heute zu einem dreitägigen Streik angetreten. Der Arbeitskampf, um das mal so zu nennen, hat wie geplant begonnen. Und zwar hatte das die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit heute Morgen mitgeteilt. Trotz dieses Arbeitskampfs sollen übrigens von den rund 400 Flügen, die die Eurowings heute plant, also nur heutigen Montag, sollen wohl trotzdem 230 stattfinden. Und auch am Dienstag und Mittwoch rechnet man damit, dass man mehr als die Hälfte der Flüge stattfinden lassen kann. Obwohl halt der Streik da ist, um das mal so zu sagen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man dort jetzt gerne verhandeln möchte. Das Ganze ist ja nicht einfach so, sondern weil man sich noch immer nicht geeinigt hat. Das spielt natürlich auch Eurowings bzw. der Lufthansa nicht gerade in die Karten. Dementsprechend ist man auch hier bemüht, relativ schnell zumindest sich zu einigen. Die deutschen Gasspeicher sind übrigens zu 95,63% gefüllt. Das ist der letzte Stand, der veröffentlicht wurde von Samstagabend. Am Freitag waren es noch 25,28%. Es gab zwischenzeitlich tatsächlich mal einen Rückgang des Füllstands auf weniger als 90%, zumindest gemeldet. Da ist dann aber auch rausgekommen, dass es nur einen Meldefehler gab. Das heißt also da kein Grund zur Panik im Prinzip. Um das auch nochmal zu erwähnen, am 1. November sollen die Speicher zu 95% voll sein. Da sind wir jetzt also doch schon deutlich drüber. Gehen wir mal zum nächsten und zwar zum Finanzdienstleister Hypoport. Die sind ja doch sehr, sehr stark durch die Immobilienflaute belastet. Da hatten wir schon letztens drüber gesprochen. Die sind ja massiv abgestürzt. Warburg Research hat sich dazu jetzt nochmal geäußert. Und zwar belassen sie tatsächlich ihre Empfehlung auf Buy. Das Kursziel bleibt bei 325 Euro. Ganz kurz dazu im Vergleich. Mal aktuell liegt die Aktie bei 84,70 Euro. Und ich muss ehrlich sagen, meistens kommentiere ich das Ganze ja nicht. Dieses Mal kann ich den Analystenkommentar nicht so ganz nachvollziehen. Aussage ist, ganz kurz gesagt letztendlich, dass die Entwicklung nicht schnell vorüber sein sollte. Anders gesagt letztendlich, dass man weiter auch noch kämpfen wird mit dieser Immobilienflaute. Allerdings ist es so, dass man nicht mehr von schwachen Zahlen überrascht werden sollte, was jetzt die nächsten Quartalzahlen angeht. Und deswegen sollte das Ganze in den Aktienkurs eingepreist sein. Wie gesagt, für mich sehr unverständlich. Das Kursziel ist wohl auch extrem hoch. Aber gut, sei es drum. Ist nicht meine Meinung. Ist die von Warburg Research. Nächstes Ding ist dann tatsächlich die Prognose von Drägerwerk. Und zwar geht es hierbei um Lieferkettenprobleme. Es ist so, dass deswegen die Prognose auch gestrichen wurde. Man hat gesagt, man hat einfach anhaltende Probleme in der Lieferkette. Man hat sehr, sehr hohe Kosten bei den Beschaffungen der Materialien. Alles, was jetzt gerade in Medizin und Technik quasi gebraucht wird, ist einfach relativ schwer zu beschaffen. Und das ist auch der Grund, weswegen man von der Jahresprognose jetzt absieht. Ich zitiere einfach mal, aufgrund des Ausmaßes der bisherigen Verzögerung geht Drägerwerk jedoch nicht mehr davon aus, die Jahresprognose erreichen zu können. Anders gesagt, man wird es wohl nicht erreichen. Und wenn das schon so gesagt wird, dass man nur davon ausgeht, dann wird es wohl auch quasi unmöglich sein. Die Aktie hat dann doch schon drunter gelitten. Minus zwei Prozent, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig. Man muss auch einfach sagen, die Aktie ist auch in letzter Zeit eh schon ziemlich stark unter Druck gekommen. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Morphosis, denn dort gab es noch einen Analystenkommentar von JP Morgan. Es ist so, dass man letztendlich relativ optimistisch jetzt für Morphosis in die Zukunft guckt. Wir haben ja öfters darüber gesprochen, die sind ja auch sehr, sehr stark gefallen. Aber man ist jetzt im Prinzip an einem Tiefpunkt, laut denen zumindest, angekommen. Und letztendlich ist es so, dass jetzt auch alles eingepreist ist, alles negative. Und jetzt sollten auch wieder positive Dinge kommen, um das mal ganz kurz zu fassen. Und damit kommen wir auch zur letzten Nachricht und zwar zur Credit Suisse. Da gab es ja auch sehr, sehr viele News zu, dass es ihnen nicht gerade gut geht. Und jetzt ist es so, dass die Financial Times berichtet hat, dass man eventuell nicht nur Teile vom Investmentgeschäft verkaufen könnte, sondern sogar tatsächlich auch Teile des Schweizer Geschäfts. Das ist jetzt nochmal was ganz Neues. Denn letztendlich ist es so, dass bisher immer nur über einzelne kleine Geschäfte, vor allen Dingen auch oft Investment, beziehungsweise also USA-Geschäfte und so weiter gesprochen wurde. Wenn es jetzt so ist, dass man tatsächlich auch Teile des Schweizer Geschäfts verkauft, dann sieht es eventuell doch etwas schlechter aus, als man das bisher zugeben möchte. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.